Heute geht es um das Philips Hue-System. Wir zeigen die Hardware, wie man es anschließt. Wir schauen uns die App mal ein bisschen an, zumindest für den Installationsbereich. Und am Ende soll auch ein bisschen was leuchten. Viel Spaß! Hallo zusammen, heute zeige ich euch mal auf die ganz Schnelle, wie man die Hue-Bridge und einen Lightstrip, also wie man praktisch das Hue-System installiert. Dazu braucht ihr natürlich ein Smartphone, entweder mit Android oder etwas Android-ähnlichem, wo die Software funktioniert. Es geht auch mit iOS. Natürlich eine Bridge. Ein Netzwerk braucht ihr natürlich auch, also in dem Fall hier mit einem RJ45-Stecker. Also man müsste es dann sozusagen neben den Router oder halt in Reichweite eines solchen Kabels anstecken, die Bridge. Und natürlich ein Hue-Licht, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt hier den Gradienten. Da zeige ich jetzt dann auch noch das Unboxing-Video dazu. Als allererstes müssen wir natürlich die App drauf installieren, das ist eh klar. Dann braucht man natürlich einen Strom. Das ist natürlich alles in der Packung mit dabei. Den stecken wir ein. Das Gerät bootet natürlich. Also das ist hier ein Klicken-Stecker. Kann man gar nicht falsch machen. Dann haben wir noch ein Netzwerkkabel, das da in den RJ45 reinkommt. Sollte in den Router reingehen. Irgendwelche speziellen Einstellungen braucht man eigentlich nicht machen. Ich habe es jetzt auch nur einfach eingesteckt. Dann leuchten immer noch keine drei Lichter. Das heißt, der ist mit dem Boot noch nicht fertig. Aber ich zeige euch in der Zwischenzeit mal die App, die es im Play Store oder im Google Store oder bei Amazon oder bei Philips zum Runterladen gibt. Hier ist jetzt unser Zuhause schon mal eingeprogrammiert. Das schaut natürlich dann erst so aus, wenn man es dann voll durchprogrammiert hat. Ist aber nicht so tragisch, weil zu Beginn läuft das natürlich alles mit einem Assistenten ab und wie man alles installiert. Wir installieren jetzt diese hier als nachträgliches, als nachträgliches, als zweite Bridge sozusagen. Das ist aber genauso wie meine erste installiert. Jetzt hat man hier gesehen, jetzt sind die Lichter schon aufgetaucht. Jetzt ist er wirklich völlig da. Dann kann ich hier unten bei den Einstellungen, bei dem üblichen Zahnrad, auf die Bridge gehen und habe dann da oben das klassische Plus. Und dann fragt er mich schon, wo wir Bridge verbinden. Ja, natürlich. Und die suchen wir auch gleich. Also natürlich ist mein Handy mit dem Netzwerk über WLAN verbunden. Also das ist natürlich auch Voraussetzung, dass das drin ist. Dann sagt er schon, Bridge gefunden und Knöpfchen drücken. Knöpfchen ist dieses runde Ding hier. Einfach einmal drücken. Dann hat er das erkannt. Jetzt hat er es schon verbunden. Fortsetzen drücken. Ah ja, natürlich wie immer Software-Update. Das kennt man ja von allem anderen auch. Und dann läuft schon das Update drüber. In der Zwischenzeit können wir hier gleich mal den Lightstrip, also diesen Gradient-Lightstrip einstecken. Hat auch alles mit dabei. Netzteil und Verbindungskabel und so weiter. Also das ist was, was ich immer bei HUHE nicht so toll finde. Man hat nach dem Strip noch ein ganz kurzes Käbelchen und dann irgendeine Box. Also diese hier zum Beispiel. Also die versteckt sich halt schlecht irgendwo. Also das ist schon immer, das finde ich immer nicht so toll, dass das mit dabei ist. Weil das Ding muss ja dann auch irgendwo geparkt werden. Und dann hast du halt auch nur einen normalen Schokostecker dran. Man kann zwar noch einen anderen Adapter drauf machen, aber der, der dabei ist, ist da nur noch für Indien ist der noch ganz gut oder sowas. Aber ansonsten muss man immer eine Steckdose rein. Das heißt, so richtig direkt verdrahten geht auf Anhieb eigentlich nicht mit einer Birne oder mit einem in einer Abzweigdose oder sowas. Das ist halt dann schon auch immer ein wenig schade. Aber wir haben es so gelöst, dass wir uns halt dann die Steckdosen dementsprechend hingibastelt haben. Dann stecken wir da auch mal ein. Weil das Ding fährt auch erst hoch sozusagen. Leuchtet dann auch schon wie verrückt. Hier läuft immer noch die Installation. Es steht auch als Text dort, dass das noch 10 Minuten dauert. Und das hoffen wir mal nicht. Also sollte das so sein, machen wir hier einen kurzen Cut. Jetzt geht es weiter. Die App, die Bridge ist auf meinem neuesten Stand. Das ist doch eine saubere Sache. Jetzt leuchten auch wieder alle drei Lichter durchgehen. Das ist das Zeichen dafür, dass alles normal ist. Dann drücken wir mal auf fertig. Genau, und dann kommt natürlich sofort nach Lampen hinzufügen. Also sofort wird gefragt, dass man Lampen hinzufügen möchte. Da stecke ich jetzt mal ein. Ich würde aber dann das Licht mal aus der Kamera versuchen rauszuhalten, weil das dann doch ein bisschen eich grell ist. Also wir stecken es ein. Sonst seht ihr ja die App nicht mehr. Leuchtet. Dann drücke ich Lampen hinzufügen. Da hat man jetzt die Wahl, die direkte Suche. Das heißt, er sucht einfach, was hier alles so leuchtet oder was halt eben entsprechend das Signal abgibt. Oder ich kann eine Seriennummer verwenden. Als ich frisch eins dann installiert habe, vor zwei Jahren ungefähr, da ging es nicht anständig mit der Suche. Da musste man immer die Seriennummer verwenden. Die steht auf den Geräten direkt irgendwo drauf. Also es ist nicht zu verfehlen. Wir drücken aber jetzt Suche, weil es Gott sei Dank in der Zwischenzeit funktioniert. Dann sucht er. Und er zeigt jetzt schon gleich an, Anzeige gefunden der Lampen 1. Und er würde noch weiter suchen. Aber ich habe jetzt hier nur die eine, die er finden kann. Deswegen drücken wir Konfiguration beginnen. Dann kann ich einen Namen eintippen. Zum Beispiel hohe Gradient Lightstrip 1. Der ist ja total toll. Den nehmen wir auch gleich. Es ist ein Lightstrip. Ich könnte auch eine andere Lampenart anklicken als Symbol. Also wie gesagt, das ist nur das Symbol. Das merkt er dann nicht eigentlich. Dann drücke ich Speichern. Dann zeigt er mir hier jetzt die Lampe an. Ich rutsche sie mal rüber. Ich kann jetzt hier auch alles auf Blau setzen. Wenn er es denn mögen würde. Jetzt sah er das. Jetzt habe ich alle drei Punkte auf Blau. Jetzt ist es nur noch Blau. Das Faszinierende ist, man kann hier, wenn man das einmal antippt bei dem Gradient, drei Punkte sozusagen festlegen. Das ist dann Anfang, Mitte und Ende. Wird auch durch Strich gezeigt. Das heißt, der Farbverlauf der Lampe oder dieses Lichtstreifens geht dann von diesem Rosa übers Weiß ins Grüne. Und das kann ich dementsprechend anpassen. Je nachdem, wie ich es halt gerne hätte. Dann drücke ich auf Fertig. Dann fragt er mich, in welches Zimmer möchte ich sein haben. Ich habe noch keins. Geben wir halt mal einfach an Wohnzimmer. Es sind schon so ein paar Vorgefertigte dabei. Das ist ganz nett. Drücke ich Speichern. Hat er Wohnzimmer erkannt. Es ist keine Lampe drin. Nur Lampen sind drin. Das Minus heißt, ich kann es wieder löschen. Wenn ich Lust habe. Aber jetzt nehme ich einfach die Lampe. Halt drücken und halten. Und ziehe sie in das Zimmer. Und jetzt ist sie drin. Eine Lampe. Eine davon neu. Glückwunsch. Lampen sind jetzt einsatzbereit. Schon ist es drin. Und jetzt kann ich ja auch dementsprechende Konfigurationen machen. Irgendwelche Szenen auswählen, hinterlegen oder sonstiges. Hier der Honolulu könnte man jetzt auswählen. Sicher Szene reinlegen und aufs Knöpfchen drücken. Diese verschiedenen Szenen sind vordefiniert. Man kann sich aber auch eigene Szenen basteln, wenn man hier aufs Plus drückt. Aber das geht dann glaube ich ein wenig architiv. Man könnte theoretisch, also das ist das einzige Schöne, was ich noch schnell sagen möchte. Man kann ein Foto verwenden. Wenn man jetzt von seinem Urlaub ein schönes Foto hat mit tollen Farben, dann kann man das gerne nehmen. Mit zum Beispiel Wasser- oder Wasserfotos haben wir genommen. Und dann kann man dementsprechende Szenen damit erstellen. Ganz nette Sache. Und schon läuft euer hohes System. Viel Spaß beim Selbermachen.